Was geht ab Leute, Team Babbelt hier mit dem ersten Match, erste Runde von der German Yu-Gi-Tube League. Ist ja ein cooles Projekt, bei dem wir mitmachen dürfen. Ankündigung und Trailer habt ihr bereits gesehen. Falls nicht, schaut nochmal vorbei, damit ihr genau Bescheid wisst, worum es geht. Und nochmal Shoutout an alle Teilnehmer und natürlich an Arthur aka Silver, der das Ganze organisiert hat. Und das erste Match ist eben gegen Fresh Zockt. Da haben wir unseren neuen Spieler Lorenzo geschickt. Gab ein paar Probleme hinter den Kulissen, zwecks Lorenzo, weil wir ihn halt noch nie vor den Videos verwendet haben. Also in den Videos, vor der Kamera. Das hat schon mal mit sehr viel Leiden für uns angefangen. Aber das konnten wir zum Glück noch klären. Ansonsten auch sehr kurzfristig, weil dieses Wochenende, wo dieses Video rauskommt, eigentlich die DM ist. Ansonsten würden wir das Video, die Kommentation, das Kommentieren, keine Ahnung, ein bisschen anders machen. Und auch ein paar andere Sachen hätten wir noch dazu getan. Ihr kennt ja zum Beispiel bei unseren Fan-Challenges diese Ansagen am Anfang. Da hatten wir eigentlich vor, für jeden unserer Gegner eins zu machen. Um halt ein bisschen Action in die ganze Liga da zu bringen. Weil bisher ist das alles hier ein bisschen zu Friede, Freude, Eierkuchen. Lass uns ein bisschen Spaß haben und keiner interessiert sich für den Sieg und sowas. Also da wollten wir ein bisschen mehr competitive ins Reim bringen mit unseren Ansagen. Hat sich halt zeittechnisch für Fresh Zock leider nicht mehr ergeben. Wir hätten bestimmt irgendwas gesagt mit Fresh Zock. Wir zocken dich eh weg und wenn wir fertig mit dir sind, dann zockst du nur noch deine Let's Plays oder sowas. Und kein Yu-Gi-Oh! mehr. Aber für sowas ist eigentlich Bargisch unser Mann. Der ist dafür zuständig, aber der hat es diese Woche zeittechnisch wie gesagt nicht hinbekommen. Aber hoffentlich dann für die nächsten Teilnehmer. Da könnt ihr euch schon mal auf paar saftige Punchlines vorbereiten. Und auch zwecks dem Kommentieren haben wir ja jetzt diese Woche, werdet ihr es sehen, eine Fan-Challenge gemacht mit Nico. Und dieses neue Kommentieren ausprobiert haben wir eine neue Technik entwickelt, eingeführt, sag ich mal. Und die werden wir natürlich jetzt auch bei der ganzen Liga so machen. Wie gesagt, nur dieses Mal hat sich das zeittechnisch nicht mehr ergeben. Wegen der DM. Wobei das vielleicht auch besser ist, weil Logenzo spielt sein vorgibt das Synchro Fusionist Deck. Das er auch bei der DM spielen wird und keiner von uns checkt das genau ab. Und zum Kommentieren ist das auch wirklich ziemlich schwer. Weil da tausend Sachen gleichzeitig passieren. Deswegen mache ich dieses Match noch so wie immer. Nämlich jetzt dann einfach Musik ablaufen lasse und ihr könnt die verrückten Moves von Logenzo genießen. Ansonsten viel Spaß beim Duell. Viel Spaß bei der Liga. Schaut bei FreshZock vorbei. Um seine... Wie nennt man das? Und um seinen Blickwinkel zu sehen vor dem Duell. Bis zum nächsten Video und vergesst nicht. Yu-Gi-Oh! Serious Business! Absolut. Absolut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020